Hi, Gude und herzlich willkommen. Erstmal ein frohes neues Jahr 2019. Für alle, die ich noch nicht gehört oder gelesen habe, hier ein kleines Kanal-Update und zwar einen Stream-Fahrplan für Januar 2019. Ich habe jetzt gerade den Nerdpol Event-Kalender befüllt und dachte mir, das ist ein Haufen Zeug, da kann man doch mal ein Video machen. Für alle, die auf dem Nerdpol nicht so oft unterwegs sind, die können sich ja dann mal anschauen, was es im Januar alles bei uns auf dem Kanal gibt. Heute, den 4. Januar, Freitag, fangen wir um 20 Uhr das Jahr sehr gut an oder führen es sehr gut fort, denn gestern gab es ja schon erst dann. Und zwar heute 20 Uhr mit einer Runde Warhammer 40k Schattenjäger bei Reg, also Reg Jackson ist der Spielleiter und wir drei Chaoten, sprich Quantum Plays, Kako und meine Wenigkeit, kämpfen wieder gegen Heretiker im 40. Jahrtausend. Morgen gibt es am 5. Januar die Nachbesprechung bei MLB Rookie auf dem Kanal und zwar unseres Abenteuers Neue Bande und Uralter Zwist. Da seid ihr herzlich gerne eingeladen, da sprechen wir nochmal mit Lex Bioing und MLB über die Geschehnisse und Verstrickungen und Besonderheiten, die wir in dem Abenteuer erlebt haben. Am 6. Januar, Sonntagabend, 20.15 Uhr geht leider nicht die Flair-Sonsaga von Koali weiter, dafür stürzen wir uns aber wieder in Belhanka ins Abenteuer mit Leopardin 202, Koali, Pölle und Kargrim werden dort die weitere führenden Ereignis Fests der Freuden erkundet. Am 7. gibt es eine Runde definitiv mit Serejoe, Pikachu und Black Suicide. Noch steht im Kalender mehr als 1000 Ogre Abschlussrunde. Wir überlegen nochmal, ob wir da DSA spielen oder ob wir was anderes anfangen. Da müsst ihr dann im Nordpol reingucken oder hier auf dem Kanal, da kriegt ihr das oft früh genug mit. Am Dienstag, den 8. Januar, 20 Uhr geht es weiter auf dem Kanal von Katze und Wolf mit Hotneys Dämonenrunde. Da freue ich mich schon sehr drauf, da ich ganz selten die Gelegenheit habe, Dämonen zu spielen. Und ja, ich halt sehr, sehr gerne mit Hotney und Yamera spiele, mit Yameras kaltbütiger Schnitterin unter anderem. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Am Mittwoch, den 9. Januar, geht es dann sofort weiter mit Call of Cthulhu oder beziehungsweise Cthulhu Now Warehouse 13. Die drei etwas außergewöhnlichen Warehouse-Agenten, Max Monster, Pikachu und Black Suicide, erforschen weiterhin den mysteriösen Tod des Warehouse-Agenten in dem Keller der Polizeistationen. Am Donnerstag, den 10. Januar, geht es dann bei Aurel auf dem Kanal weiter mit Splittermond, wo der verrückte Erfinder-Kobold, Gnom, ich weiß es gerade nicht, aka Fridolin, Black Suicide, Pikachu und meine Wenigkeit die Welt von Splittermond unsicher machen. Am Freitag, den 11. Januar, geht es um 20 Uhr, dann endlich weiter mit Schafiers Schwur, der Tavernenmacher-Kampagne, oder ja, es ist die Königsmacher-Kampagne, der erste Teil davon, die Ahrenstein-Kampagne, zweites Abenteuer, Schafiers Schwur, mit den allseits beliebten, illustrieren Spielern Hotneya, Mera und Fridolin. Auch wieder ein absolutes Highlight in dem Monat. Am Samstag, den 12. 20 Uhr, G7, endlich, endlich, kommen Cesare, Talion, Anastasia, Enaja wieder zum Einsatz. Und diesmal geht es langsam gegen das Ende. Sie sind kurz vor dem Ritualplatz und ich hoffe, dass sie das Ritual verhindern können und so Brinn retten können. In der KW3 geht es dann auf dem Kanal erst am Mittwoch weiter, Mittwoch der 16. 1. Und zwar Horde of the Dragon Queen, der Dungeon des, ja, Froschcastles, kann man sagen. Castle Nethernaier wurde gecleared und, ja, Sere, Joe, Fridolin und Black Suicide haben einen Schlüssel zu einem Portal gefunden, wo sie noch nicht wissen, wo es hinführt. Bin mal gespannt, was sie dort erwartet und wie sie sich schlagen. Donnerstag, den 7. geht es dann so weiter, wie der Monat Rollenspieltechnik startete auf dem Kanal mit Earthdawn, Falschmenschen, vierter Teil. Die beiden liebenswerten Elfen und der etwas zum Schabernack aufgelegte Windling werden den Fürsten der Stadt Kratas besuchen. Seid gespannt, was sie dort erwartet. Am Freitag, den 18. um 20 Uhr geht es genauso wie heute Abend weiter mit Warhammer 40K Schattenjäger, den drei Akolyten, die von ihrer Inquisitorin auf die Raumstation Wanderershafen versetzt wurden, um dort ein Inquisitionsnetzwerk aufzubauen. Am Samstag, dem 19. geht es endlich weiter um 20 Uhr mit Hogwarts, wo sich Sere, Joe und Rerion mit den Höhlen und Tiefen und mystischen Verstrickungen des alten Schlosses und natürlich ihres Freundes Moyo auseinandersetzen müssen. Seid da auf jeden Fall auch mit dabei. Dann endlich am 20. um 20 Uhr, ist ganz einfach zu merken, Sonntag der 20. um 20 Uhr geht endlich die Phileason-Saga bei Koali weiter mit Leopardin202, Pölle, Enigmon und meiner Wenigkeit. Am 21. um 20 Uhr soll dann die neue DSA-Runde von MLB Rookie starten, wo ich dann auch noch nicht genau weiß, was es ist, da freue ich mich schon drauf. Da verlässt leider der Bio-Ing die Runde und der Preak soll mit dazukommen. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe noch nie mit Preak gespielt, da freue ich mich sehr drauf. Montag, der 21. um 20 Uhr. Am Dienstag, den 22. um 20 Uhr, startet ein neuer Warhammer 40k-Stream, der von Retch geleitet wird. Und mal eine ganz neue Idee, ich will jetzt noch nichts verraten, aber ja, die Idee hat der Retch mir vor ein paar Tagen erzählt und ich finde die sehr, sehr gut. Das wird richtig viel Spaß machen. Das basiert auf dem Schattenjäger-Regelwerk, hat aber gar nichts mit Inquisition oder Sonstigem zu tun. Also wir spielen keine Inquisitions-Alyten, sondern wir spielen ganz normale imperiale Bürger, die sich im imperialen Alltag, sage ich mal, rumschlagen müssen und so ein bisschen mit dem Imperium anecken. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich großer Spaß. Das Abenteuer wird lauten, Finsterer Pakt. Ein vielversprechender Name. Dann am Mittwoch, den 23.01. geht es um 20 Uhr wieder weiter mit der Belhanka-Runde, in der sich Leopardeln 202, Koali, Pölle und Kargrim um die seltsamen Geschehnisse auf dem Fest der Freuden kümmern werden. Am 25. Januar, dann wieder Schafiers Schwur, zweimal in einem Monat die Tavernenmacher. Ich freue mich riesig drauf. Es ist halt eine Kampagne, wo mein Herzblut mit dran hängt und ich halt einfach extrem viel Spaß mit den Spielern, aber auch mit den Zuschauern habe. Deswegen am Freitag, den 25. um 20 Uhr, seid da gerne wieder mit dabei. Am Sonntag, den 27. um 16 Uhr, geht ein DSA-Abenteuer bei Claudine auf dem Kanal los. Ketten für die Ewigkeit, in welchem sich die Arivorra-Zwerge wieder zusammenfinden. Gold, 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 so nach dem Motto. Freue ich mich sehr drauf, nochmal zu Lex, Bioing und natürlich mit Claudine als Leiterin zu spielen. Das wird eine tolle Runde werden, definitiv. Am 30. Mittwoch, den 30. Januar, gibt es dann wieder Horde of the Dragon Queen. Dann mittlerweile die 29. Runde. Das ist schon eine ziemlich lange Aktion, aber sie neigt sich so langsam dem Ende zu. Deswegen, es geht Richtung Finale, verpasst das auf keinen Fall. Und am Donnerstag, den 31. als letzter Stream, genauso wie als erster Stream in diesem Monat, was ein Zufall sehe ich gerade, wieder Earthdawn-Falschmännchen, dann mit dem fünften Teil. Mit Pika, Black Suicide und Koali. Ja, gebt mir mal euer Feedback, was ihr von so einem Stream-Fahrplan haltet. Findet ihr das eine gute Sache? Oder sagt ihr, ne, die Events sehe ich auf dem Nerd-Pol oder ich gucke eh jeden Tag auf dem Kanal? Würde mich sehr interessieren, wie ihr das findet. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich auf einen tollen Monat mit jeder Menge Streams, mit einem Haufen tollen Spielern und jeder Menge Spaß. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ciao, bis zum nächsten Mal.